Wenn ihr euch jetzt fragt, wie macht man denn ein alkoholfreies Bier daheim, muss ich euch leider ein bisschen enttäuschen. Alkoholfreies Bier daheim herstellen, im industriellen Maßstab gibt es ein paar Methoden, wie das geht. Nur für daheim wären die einzigen Optionen, dass ihr im Endeffekt in der Würze oder dann im fertigen Bier noch sehr viel Zucker überhabt. Weil der Zucker, der soll ja nicht vergoren werden, weil ihr wollt sehr korn, Alkohol oder nur sehr wenig haben. Alkoholfreies hat maximal 0,5 Prozent. Die unvergorenen Zucker, die ihr dann noch hättet, sind natürlich ein komplettes Festmahl für euch an Hefen, Mikroorganismen, die ihr daheim in der Luft habt, überall habt. Im industriellen Maßstab, da haben die Brauereien Möglichkeiten, das fertig abgefüllte Bier nochmal zu pasteurisieren, das auch wirklich nichts in dieser Flasche überlebt. Weil, wenn da was leben würde, dann wäre das so ähnlich, wie wenn ihr sehr viel Zucker gebt beim Abfüllen, da kann es sein, dass es euch die Flaschen zerreißt. Deswegen, ich empfehle euch, wenn ihr wirklich in diese Richtung gehen wollt, für daheim macht es lieber ein Leichtbier. Leichtbier, da seid ihr dann bis 6 bis 9 Prozent Stammwürze. Da könnt ihr auch super Biere machen, so ein bisschen hopfenbetontere, aromatisch hopfenbetontere, funktionieren da ganz, ganz toll. Und ihr seid es auf der sicheren Seite, weil das Bier einfach durchgärt und alles an vergerbaren Zuckern weg ist und dann kann euch an nichts passieren. Das und viel mehr findest du auf siebenhauben.com